Ich mache meine eigenen Regeln. Und brech sie. Wäre es nicht leichter, neue Regeln zu machen, die du nicht brechen musst? Oder gar keine Regeln aufzustellen. Der Punkt ist, ich bin draufgenannt. Eine Geschichte über Intrigen, Abenteuer und ein Leben zwischen Himmel und Erde. Lassen wir hier eigentlich jeden Vollposten rein? Du bist Larry Gay. Du bist eine Legende. Die Storys. Die Frauen. Um den Sicherheitsgurt zu schließen, führen Sie den Metallstecker. Lassen Sie die Schnalle zappeln. Nimm das. Ja, 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 ja. Hat deine Anleitung auch jeder verstanden? Aber was, wenn ich Ihnen sage, es gibt einen Weg, um menschliche Flugbegleiter auszumerzen? Sie sehen hier den neuen Flightpal 200, hergestellt von Tektronix Industries. Chardonnay? In einem Jahr sind wir alle weg. Woher wissen Sie, dass der Flightpal 200 besser ist als unsere Flugbegleiter? Indem ich Sally antreten lasse gegen euren Besten. Das wäre dann ich. Wir brauchen Sie. Es geht hier um unsere Lebensgrundlage. Ich stelle mich diesem Übel. Und ich werde gewinnen. Nichts auf Gottes grüner Erde wird mich aufhalten. Danke. Außer es ist Dienstagmorgen, da habe ich Zumba-Unterricht. Also, ich würde dir gern jemanden vorstellen. Ein Dreier. Larry, das ist dein Sohn. Mein was? Na, Donny? Wie ist die Schule? Äh, in welcher Klasse bist du jetzt? In der ersten? Wow, du bist sicher eins der größeren Kinder. Bodenkontrolle? Die Zeit wird knapp. Der Sprit geht uns gleich aus. Wow, wow, wow. Langsam, Larry. Ich bin gerade erst angekommen. Ich muss mich erst mal einrichten. Okay, ich ziehe noch kurz meine Jacke aus. Für wenigstens die Geburtstagstorte. Für wenigstens die Geburtstagstorte. Für wenigstens die Geburtstagstorte. Vielen Dank.